Wir sind frische Angestellte in einem Leichenschauhaus. Hier, Riverfields Motuary. Also ich glaube, man kann es mit Leichenschauhaus übersetzen. Oh, das ist Weihnachten! Okay, können wir die Türe bitte schließen? Hä, es hat sich gerade schon gedreht. Naja, auf jeden Fall, als Neuankömmling hier, ja, irgendwie lässt uns unser Chef alleine. Wir dürfen uns hier um alles kümmern. Okay, gut. So, ähm, Recorder. Back. Den brauchen wir. Ist hier noch irgendwas drin? Nee, ich glaube nicht. Hier kommen unsere Warming-Ding. Ich muss erst mal wieder reinkommen. So, Home, Sweet Home, Leute. Wiegen das jetzt? Punkt 1. Body vom Kaltgeld. Ach, ich dachte gerade, da steht schon irgendwas da hinten. Körper holen. Markel checken. Oh, nee, das macht es irgendwie nicht besser, diese Dekoration. Also, wir hätten einmal Santa Claus! Cotton Water! Oh mein Gott! Können wir bitte Santa holen? Wer ist für Santa? Ich habe den schon verloren, ich bin Santa Claus. Ach shit, ich habe mein Ding vergessen. Moment! Moment! Ich habe meinen Wagen vergessen. Gib mir Santa! Wo ist er hier? Äh, so. Oh Gott, Santa! So sieht aber nett aus. Ey, geh rein jetzt. Äh, es ist kaputt. Ey, ey, kann ich steuern jetzt. Hat er mich gerade angeguckt? Ja, bitte? Oh Gott, lass das Licht an. Ich dachte, es wäre... Okay. Also. Ahem. Santa Claus. Du bist doch nicht 35. Habe ich Angst. Ähm. 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 Ich muss noch mal gucken. Habe ich mir mit Kopfhörern. Nein. Hat nichts. Nichts am Kopf. Erfährst du Schürfunden hier auf der Brust. Rücken. Nichts. Du wirst jetzt auf jeden Fall die Leiche also beobachten und alles aufschreiben, was wir finden. Arm. Nix. Bein. Hier auch nicht. Hier hast du was. Hier nicht. Aber hier noch. Hier we go. Haben wir alles. Gut. Okay. Dann müssen wir das jetzt in ein Ding, glaube ich, eintragen. In unserem schlauen PC. Und zwar, ich glaube hier. Center. H. Ähm. Right. Shoulder. Left. Äh, doch. Left shoulder. Left arm. Haben alles, oder? Yes. Dann drucken wir das. Oh! Das Papier aus. Und tragen es. Verrückte Dinge. Oh! Hallo? Mach doch nicht die Tür auf! Oh! Das Weihnachtsding macht es echt nicht besser. Inspect body for identifying marks. Wire jaw shut with. Okay. Ich muss, ich, ich, äh, ja. Oh Gott, ich muss erst mal wieder reinkommen. Needle injector und set. Also, Needle, Needle-Dinger sind. Was ist das denn? Needle injector? Setting needles. Wie ist das denn? Das ist das. Ja. Und? Ist das da? Ja. Oh! Wo hat's geklopft? Also, let's go. Ich hatte mal direkt mit den Augen an. Wollen wir recht sein. Erstmal schon den Kiefer bearbeiten. Was sonst? Zusammenziehen. There we go. Sehr gut. Jetzt sieht er gleich wieder ein bisschen freundlicher aus. Dann brauchen wir Eyecaps. To keep, was? Keep eyes shut. Hä? Jetzt, danke. Alright. Gut. Gut. Mixed Embalming Fruit in Pump. Also Embalming. Gedönsflüssigkeit. Glutaraldehyd. Ethanol. Humectent. Formaldehyd. Let's go. Ist er out? Äh, irgendwas passiert? Was passiert? Äh, die... I am here. Was? Hast du gerade was gesagt? Inzision in der Arterie. Okay. With scalp. Und dann? Tube to food. Calpenter hat mich vorhin irgendwo gesehen. Das braucht mir das. Ich weiß es nicht. Ähm, warte mal. Was wollen wir noch? Four Steps. Tubing. Was wollen wir? Diese Tube-Dinger. Tür ist... Ist die Tür zu gegangen? Warte hier. Tubes? Hier sind Tubes. Okay, let's go. Hä? Wo? Ekelhaft. Rohrn zu halten. Eine Ewigkeit später. Eine Ewigkeit später. sexy hat sie waren jetzt nicht gleich aufstehen und mich an und auch ein bisschen abpudern schön machst du das schön aussiehst wunderbar und wir zurück beide türen auf sein braver center und komm jetzt mit nein nicht angucken mitnehmen so gerade wenn ich die raus schiebe was mich hier einfach durchlaufen jetzt hier gibt es nichts zu sehen also und walter ist auch sechs und eins kommen erst mal wieder weihnachtspan hier ist auch viel So, kommen wir schon. Was? Und wir haben alles. Ah! Okay. So. Also, wieder die Nils. Wo war das jetzt? Achso, das sind die zwei hier. Äh? Hast du gerade... Kannst du das Licht bitte anlassen? Oh, falsches Licht, sorry. Ah! So. Was passiert? Wieso rasten wir aus? Hä? Rast no. Okay. Hast du nicht... Soll ich gut. Irgendwie, bei dem passieren mehr Sachen. Ich glaube, Santa war harmlos. Rast the pieces on the right. Das da? Ah doch, da sind sie doch. Ah! Oh! Rudi, ich zöte deine Nasen daran. Bei dem passieren echt komische Sachen. Das ist, glaube ich, der ist irgendwie Sass, der... ...der Buddy. Hm, was fällt denn... Oh! Die Tür ist so, ja. Ah! SELTA! Ich war brav, Buddy! Lass mich in Ruhe! Jetzt in dein Leichenschauhaus. Oder bring uns Geschenke, eins von beiden. Beides ist gut. Ah! Nein, der... Ah! Ah! Sag mal! Oh. Das ist jetzt nicht... Oh Gott, ich will hier weg von dieser Tür! Ich will da jetzt nicht hin. Ich will hier alles offen haben, Leute. Ich will hier alles im Blick haben. Ich will hier alles im Blick haben. Aber... Ähm... Ähm... Leute... Da... Ich sehe was, was ihr nicht seht... Boah, nee. Das waren keine Geister Orbs. Das waren zwei rote Augen, die uns angeguckt haben. Boah. So, Tank Cleaners. Ich schwör, ich kann die da. Brody, was ist hier los? Mensch, Santa! was ist los mit dir brauchst du was auf was oder wie ist ruhig habe ich gesehen also ich habe es gesehen aber ich will es nicht sehen ich habe irgendwas wahrgenommen dass mich ganz kurz überlegen kann man nur ganz kurz da wieder santa aussprinke nee nee ge weg m ähm oh das sieht so cringe aus mit seiner weihnachtsmitze warum die weihnachtsmitze das macht es noch cringischer das ist sowieso schon cringe genug oh danke oh da war oh hä du bist nicht Johnny geh weg nee das ist Gertrude sie ist die Putze Gertrude ich weiß dass du jetzt da stehst sehe dich zwar nicht aber ich weiß ich dachte ich bin schlau und warte jetzt zu helfen ich wollte gerade sagen ich weiß wenn ich zu dir komme dann greifst du mich an nein sie fliegt 30 Meter durch den Raum sie wird schnell aggro ein mal ein mal ein mal aah 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 jesus hallo Hallo? Hi! Oh Gott! Willst du mich umbringen? so empty rest of the world okay, wo war das? so hier guck mal, schwie ist irgendwas passiert! die ist doch voll sass, alter! Santa! es reicht jetzt! ist das nicht Santa? irgendwas leeres? wir wollen Santa sehen wir gucken uns noch mal Santa an wir müssen ja schon mal gleich den Namen zumindest mal raus singen aber Santa... oh, mich macht die Musik kirre oh! haben wir das schon gehabt? Santa, du bist sass! ihr hattet recht aber jetzt nachher ist das nicht okay, bei Santa haben wir nämlich weder was am rechten Arm nur linken Arm und das ist dieses Püngchen gewesen und am anderen ist ein Strich und... oh sch... oh nein! oh nein! wir waren zu langsam! so... the same procedures every Nachtschicht hallo! hui! Santa! soll ich mit Santa starten? oder wollt ihr mit jemand anderem starten? ich hab Bager wieder meinen Bager vergessen Moment! oh mein Gott! warum fängt der Scheiß jetzt schon an? ich glaub es ist wieder Santa hey! oh man! oh shit! hab doch die Tür zugemacht was war das? war das die Haustür? ich hab die Haustür zugemacht ich hab's grad noch gesagt ach du Scheiße irgendwas hallo! irgendwas ist da! super! hey! jingle bell jingle bell jingle jingle all the way oh what fun it is to ride and all the open hey! wir müssen uns ein bisschen beeilen oh mein Gott das will alright Santa, machst du wieder komische Sachen? ach du machen das jetzt nicht schon wieder! hör auf jetzt damit! es passieren wieder komische Sachen wenn Santa da ist! i don't like this! wir drehen durch! es ist offiziell! wir drehen durch! ich schöne rote económischen nase pudern wippen so! sollen wir jetzt mal gucken ob er vielleicht auch irgendwas hat! nix! ja auch nix hör auf jetzt, Brudi! Oh mein Gott Santa, du bist sass Warum passieren so viele Dinge, wenn du hier bist? Alles, ich glaube, drauf Oh! Ähm, ich nehm alles zurück Vielleicht ist es doch nicht Santa What the freaking hell Santa, ich sag dir eins Ich schieb dich mal jetzt hier rein Hey, sag dir, ich schieb dich rein Komm jetzt, geh jetzt in dein Haus Wow Einer von euch nachher wieder rausgeschossen kommt Weiß ich, dass ihr sass seid Es reicht jetzt Ah, Santa Warte, war das Santa? Nee, ich schieb dich vor Dinge weg Oh, nee Nee Oh Gott Hä, war das jetzt er? Sag ja, Santa ist weg Ich weiß nicht Alter, Bulli, zeig dir doch mal Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott, deswegen Nee, da geh mir jetzt nicht raus Also Oh Gott Oh, Tatsu Oh, leck mich doch am Arsch Leck mich fett ohne Spaß Wirklich Ich will Oh Nee Mach jetzt das Licht wieder an Ich brauch das jetzt Okay, Santa hat weder ein Mal noch irgendwas Also eigentlich haben wir alle Leichen fertig Eigentlich könnten wir jetzt gehen Oh mein Gott, ich sehe was, dass ihr nicht seht und das guckt mich von oben links an Hi Na Öfters hier Wollen wir zusammen abhängen Du und ich Du und ich und Santa Du und ich und Santa Ja Okay Oh mein Gott Warum immer, wenn ich die Weihnachtsstimmung fühle Macht mir dieses Spiels einfach kaputt Er hat mich einfach angeglotzt und gesagt Dass du Nee, was hat er gesagt? Dass du death comfort you Irgendwie so Und er hat diesen gemacht No Ich glaube, wenn mir Santa verbrennt, ist es der Habt ihr das gesehen? Und habt ihr das gehört? Er hat gerade gesprochen Können wir bitte Können wir bitte festhalten, dass er es vielleicht ist? Können wir das Warte damit Oh mein Gottes Willen Du bist widerlich Okay Okay, du kriegst das Okay, warte, was muss ich jetzt tun? Das drauflegen und verbrennen? Okay Können wir Können wir uns bitte einigen, dass er der ekelhafteste ist? Weil I mean Guck mal Das ist neu Er fault Hier weg Mach ich das jetzt? Ab in den In den Ofen Hör auf jetzt Mach mich jetzt nicht wahnsinnig Mach das jetzt an, ja? Geh, geh weg! Geh! Hier können wir die Tür bitte zumachen Falls ich mich so aufrege, Leute Die Tür ist zu, ja? Hoffentlich ist Santa der Sasse Sasse Sasse-Leiche So, Santa sieht Also, naja Also Die Umstände entsprechend Kein Raum, was gesehen? Was? Sexy Pants Sexy Pants Ähm Was? Wie? Warum? Ähm Ähm Ihr habt gerade auch gesehen, dass die Augen offen waren, gell? Hä? Ähm Äh, warum? Oh, shit Oh, shit Was ist hier alles los? Oh, no Oh, oh Oh, no Oh, no Oh, no, 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 no Oh, hi Äh, ih, geh weg Oh, no, 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 no Gänsehaut Wir gehen jetzt Santa verbrennen Nein, aber wir wollen Santa verbrennen Wir wollen Santa verbrennen Tschüss Santa Schön mit dir Tschüss Omm It's nice not to be the one down there for a change Oh, Raymond? Ich glaube, ein First Name Basis ist in Ordnung. Ich habe es gemacht? Ist es über? Nein, es ist nicht wirklich übergegangen. Du hast es eine lange Zeit. Es ist viel zu lernen. Ich bin so glücklich, dass ich hier bin. Ich weiß, es ist disorientiert. Du hast es getrennt. Du solltest nach Hause gehen und ein Rest. Every Nacht kann es anders sein. Ich glaube, ich bin gut. Du hast es sicher? Du hast es aus. Oh, ich habe nur noch erwartet. Für so, so lange. Was? Was bist du? Oh nein, du hast den falschen Demen. Rebecca. Rebecca ist nicht hier, du fucking idiot. Das passiert, wenn man Sander verbrennt. Und drinkt es als Nuts. Wie chillt er bleibt. Ending 3 auf 5 Nur noch 1 wird 6 Times Possessed Egal, hat niemand gesehen Nice, Leute Wir haben Santa verbrannt Jetzt kann ich in Ruhe schlafen gehen Ich hoffe, euch hat das Christmas Update gefallen Hat es euch denn gefallen? Ich fand es irgendwie süß Ja, ich fand es süß Es geht noch bis zum 31. Dezember Danach wird es wieder Muselig Also noch Museliger als es eigentlich ist Aber mega nice Mega süße Idee mit dem Santa Claus Mit dem das alles so dekoriert ist Geil War wieder sehr, sehr gut gemacht Ich bin happy Seid ihr happy? Dafür doch Ja, ich bin so Nein, das war's Nein, das war's Ja, das war's Ich bin so